Das örtliche, ohne Öl fehlt dir was. Achso, sorry. Oh, guck mal, ein Freund. Darf ich dem ins Gesicht schießen? Nee, würd ich nicht machen, weil da kommen alle. Stimmt, da laufen ein paar rum. Ja, ja. Sind halt ein paar viele, ne? Aber wir haben wieder unsere Waffe. Und ich will gerne mal den Bolzenschießer ausprobieren. Ach, der hab ich sowieso schon gesehen. Oh, 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 oh. Und damit herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Wieder mit dabei der Klaus. Und jetzt schwinge ich mich hier auf dieses Fahrzeug. Geh mal links lang, weil dort war vor uns ein Gibi. Lass mal gucken, wie bitte. Genau. Da müssen wir sowieso lang. Rechts, rechts. Warte, dort hoch. Was? Da, da, da. Da war vor uns ein Gibi. Genau. Hier kannst du aber noch nicht. Okay. Wir waren doch gerade gut positioniert, ne? Erfinden Sie einen Weg aus der Maschinenraumwerkstatt? Ja, dort rechts war ein... Warte mal, da. Dort rechts war ein... Ja, da kannst du raus wahrscheinlich. Aber das ist noch zu. Kommt der TV dann hier angelaufen? Könnte sein, aber... Wir haben immer noch keine Waffen, ne? Das ist... Ja, ja, ich weiß. Komm, geh mal rechts lang jetzt. Finde ich nicht okay. Nee, ich auch nicht. So, hier können wir nicht lang. Tür ist verschlossen. So, hier konnten wir lang. Nein. Ähm... Das haben wir ja schon. Man konnte doch... Konntest du... Warte mal, dort links war noch. Das kam mir dort hin. Hier ist hier noch. So, finde ich irgendwas. Was, was ich aufheben kann. Kamen wir hier... Das verdeut... Ja... Ja, ja, genau. Von hier kamen wir. Können wir nicht einfach wieder zurück. Nee, 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 nee. Wir müssen ja weiter. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ähm... Gehen wir rechts lang. Nochmal rechts. So. Jetzt noch einmal rechts. Ich will mit dem Ding fahren. Da, da, da kannst du. Da kann ich? Ja. Wahrscheinlich. Da konnten wir doch gerade nicht mehr. Ähm... Ich gucke, wir gehen nochmal nach rechts. Nein, nochmal noch nicht nach rechts. Und hier war noch was. Energie. Okay, also müssen wir das Energieniveau wieder ein bisschen steigern. Ähm... Warte mal. Folgt mal dem gelben Kabel an sich. Und hier dem, was da rausführt. Nee, andersrum. Ach, guck mal. Ach so. Geil, das funktioniert. Das sollte, ne? Wo führt das denn hin? Na, hierher. Haben wir das jetzt schon? Das haben wir ja jetzt hier schon aktiviert, ne? Da geht ja auch nichts mehr. Ja, da hast du vorhin... Genau, hast du hier was aktiviert. In der letzten Folge. Hat Klaus noch ein bisschen weiter gespielt. Äh... 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 Ich bezweifle, dass wir hier raus müssen. Ähm... Vielleicht auch... Hier ist der Maschinenbereich. Finden Sie... Da ist das... Kannst du vielleicht hier rein? Da rein? In die Werkstatt? In die Werkstatt, glaube ich nicht. Warte mal. Das ist ein ziemlich großes Tor, aber hier liegt was. Komponente B. Ach, hier ist noch was. Ah, interessant. Sorry. Ich finde, nicht schön. Ja. So, das reicht jetzt bestimmt, dann dort zu dem anderen Link zu gehen. Ja, glaube ich. Ja, hier hoch. Ja, genau. Jetzt das hier. Ich glaube nicht, ne. Aber hier? Ne, das geht um. Und so reichen. Da müsste man wahrscheinlich noch ein Strom wiederherstellen. Gucken wir, ob es die noch irgendwo in den Ecken hat. Ah, hier. Schön. So, das ist letztlich wahrscheinlich. Ich gucke mal rum. Du musst mir das nicht vorher sagen, Klaus. Ich meine... Spoiler mich nicht. 1, 2, 3, mal 8 V, da steht sogar. Loll. 3. Blödpip. Bup. Ups, hier lang. Aber wir können nie... Nee. Okay. Aha, okay. Ja, warum? Warum nicht, ne? Sag bloß, ihr untenbrun das ist eine Luke. Ja, natürlich. Warum nicht? Warum sollte ich auch offen sein, ne? Man kann auch, wie... Also ich glaube, man kann auch alles ohne Waffen machen. Ja. Man muss nicht kämpfen, wenn man nicht will. Auch bei... Mit dem Ejen. Ja, natürlich. Ja, ja, gut. Da hat man ja auch genug. Doch, in der einen Situation, wo der eine Typ auf mich ballern wollte, der eine Mensch. Ja, na gut. Nein, manche geht's nicht, aber ich glaube, so die größten Dinger, aber es ist ja auch manchmal, wo wir jetzt hier die... Finde ich aber auch gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Dass du dir aussuchen kannst, ob du dich durchballerst, was natürlich ein bisschen begrenzt ist, durch die Munition, die dir zur Verfügung steht. Ja, also du musst sowieso mal schleichen. Genau, oder du sneakst durch. Mach mal ein Takt. Wo müssen wir hin? Zieh mal runter. Ja, eigentlich steht er nur noch aus dem Maschinenraum fliehen, ne? Wir haben jetzt keine... Untersuchen Sie den zentralen Reaktor. Wo ist der? Ach, da drüben. Fucking Bauch. So. Verlauch das mal gerade aus. Links lang geht nicht. Verlauch das. Hier geht's nicht. Ja. Ah, doch. Da kommst du dann zu dem... Ja, das ist das hier. Alter, der Klaus. Lass mal schön schneiden wieder. Ach ja. Alter, das ist fix. Alter, ey, Junge, ey. So, lass mal schnell. Jetzt ist jetzt... Hier geht's immer jetzt. Alloll. Ja, nee, passt nicht wieder rein. Tatsache. Okay. Na dann, äh, da lang. Genau. Ja, sollten wir auch mal machen. Ja. Man weiß nie, was in der nächsten Ecke lauert. Vielleicht Marcel Davies. Klaus weiß jetzt, wer Marcel Davies ist. Ja, ich hab's ja... Obwohl, der nie irgendwie betrifft war. Ich kenn auch nur 1&1 Kunden. Insider. Boah. Okay, der Typ ist weg. Ich glaub, da muss ich das aktivieren, ne? Wenn wir mal behaupten. Und jetzt sieht das Gitter. Das, was... Wo der gerade durchgegangen ist, wahrscheinlich. Was ist das denn? Okay, ich... Ich crouch mal lieber. Ja, das Gitter muss der jetzt treffen. Ach so. Hat er ja platt gesagt. Ladungspack, I don't want to serve it. Links von dir, bei der Ladungspack. Da ist, sieht aus, Munition. Hallo. Sehen hier, du. Mein Magen sträubt sich jetzt gegen Energydrinks. Cleaning, rota, weak... Ja, sicher. Mathematische Gleichungen, wie ich sie liebe. Das war ein Kli-Plan, also. Okay. Dann muss ich jetzt werden, oder? Nö, sehe ich nicht ein. Gibt's ja nicht, wir müssen verstecken. Ich beteste mal die KI von denen. Ich glaube, das geht nicht gut. Oh. Gucken wir weiter. Die sind nur einfach scheiße langsam. Ich kann einfach mal warten. Ich kann sie mal kurz gut drücken. Ob du irgendwas hast. Na auch. Ein Leuchtfackel oder so. Könntest du halt höchstens werfen. Um den halt irgendwo hinzulocken. Soll man so weichen machen. Wo ist der hin? Ich bin schon wieder weg. Der ist dann auch drin, ne? Aber es ist halt ein... Du kannst es halt dahinter werfen. Das war knapp. Ob du mich jetzt gesehen hast, das glaubst du selber nicht. Kann sicher damit nicht werden. Das ist ja dumm. Mach doch dein Maul, ey. Meine Fresse. Geh halt hier lang. Und da bist du hergekommen. Mach mal freischauen. Mach mal was. Wie dumm das ist. Wie soll man sich denn da vorbeißen? Ja gut, ich hätte natürlich das Ding werfen können, ne? Was aufharte. Ne, das war's nicht. Jetzt kannst du wieder hingehen. Ach, Granate, Leuchtfackel, Elektroschocker. Ne, ne, das bringt nichts. Nehm die Leuchtfackeln oben. Und werf einfach besser. Ja, aber... Ja, kannst du mal ein Glassch töten. Seh ich nicht ein. Ich versteck mich jetzt. Ich glaube, der weiß, wo du bist. Niemals. Ich glaube, ich weiß, wo du bist, oder? Hast du ihn gerade noch abgewendet? Ja, der geht. Diese Hiwis, ne? Ne, ich weiß nicht. Das dauert es erst mal 10... Ich habe nie gesehen. Niemals. Das dauert es erst mal 10 Jahre, bis der wieder... Bis der wieder hier ist. Jetzt können wir easy... Sehr gut. Easy hier landen. Recht, 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 recht. Easy. Steht da ein zweiter, oder der ist wieder gespawnt? Ja, es sind hier bestimmt noch andere. Ja, aber das dauert erst mal 10 Jahre, bis der zurück ist. Wie nimmt das das? Funktion. Das könnte echten Schaden anrichten. Hört so, du Brüder. Hier kannst du Munition noch nehmen. Rechts von dir. Wir testen das gleich mal an unserem Freund. Aber erst mal... Willst du ihn testen in der nächsten Folge, ne? Ja, aber wegen Munitionssparen. Okay, der Code lautet 6832. Okay, das geht. 6832. Ja, 6832. Nee, das geht nicht. Jetzt kannst du da durchgehen, wieder zurück zu dem Gitter, wo du vor uns nicht durchgründest. Kann sein, dass der Typ gleich kommt, aber den kannst du jetzt einfach so ein Blatt mal nachmachen. Er hat bloß Anschluss. Okay. Okay, kannst du einfach machen. Bestellt dir nicht noch ein anderer Typ? Nee. Ist das nicht eigentlich keine... Also, das ist doch eigentlich... Das ist doch eigentlich eine... Eine Waffe. Also, es ist keine Waffe, ne? Es ist eigentlich ein Gerät. Ein Werkzeug, ja, ja. Bolzenschießer. Nee, warte, es ist ein Bolzenschießer. Ein simples Lieber aus, ähm, ja. Dark Space und irgendwie... Wie heißt das Spiel, was wir gespielt haben? Dead Space. Dead Space, Dead Space. Ist übrigens auch empfohlen, Leute, da mal vorbeizuschauen bei Dead Space, like Pixel. Das war lustig. Das war lustig. Ein, ein weiteres, äh, Albtraum, wollte ich gar sagen, Weltraum-Abenteuer. Ich hab grad nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Speicherstation? Ich tue mal mit deinem Speicherstation. Und nimm das Zeug mal. Achso. Was war das? Pinguin? Äh, Pumpgun-Munition war das, glaube ich. Das auch. Aber dazu brauchen wir erstmal wieder. Also wir kriegen jetzt die Munition für die Waffen, die uns entzogen wurden. Ja, die bekommen wir nicht. Und als wir, als wir keine, ähm, liegt da eine Waffe? Ja, ja. Das sind die Waffen, die wir verloren haben. Ja, nimm halt einfach eins. Oder hat der Typ gerade gesagt, der hat die Waffen hier positioniert? Keine Ahnung. Weil ansonsten ist es natürlich GG. Wenn ich diese Munition sehe, da wird mir schlecht. Sechs Schuss. Ja, gut. Dann wollen wir mal, ne? Geile Speicherstation. Bin ich zufrieden? Schön. Kommen wir ja voran. Ich weiß nicht, woran es lag, dass wir in den, in den vorherigen Parts nie so, also manchmal nicht so richtig vorangekommen sind. Dass wir uns dadurch eine Folge gewiped haben. Und rennen. Oh ja, das sieht so nach. Gutes Zwischendembel aus. Warum? Das örtliche, ohne öh, fehlt dir was. Achso. Sorry. Oh, guck mal, ein Freund. Darf ich dem ins Gesicht schießen? Nee, würde ich nicht machen, weil da kommen alle. Es stimmt, da laufen ein paar rum. Naja. Sind halt ein paar viele, ne? Aber wir haben wieder unsere Waffe. Und ich will gerne mal den Bolzenschießer ausprobieren. Ja, den hatte ich sowieso schon gesehen. Okay, kannst du dich auch weiter abschieben. Gut. Liebe Leute, jetzt seht ihr mal die, diese Speicherstation sehe ich schon im Augenwinkel. Lange halten muss er jetzt. Okay. Interessant. Du musst nachhalten. Als ob. Was machst du? Natürlich. Willst du mich doch verarschen, oder? Aber das hat er gesehen. Das ist nicht gut. Lange ins Gesicht, ey. Was? Du hast gar nicht getroffen, das Typ ist verzogen. Ja, aber gut. Da kommt noch welcher. Warte einfach mal. Halt einfach mal drauf. Geh mal ein Stück hin. Hä? So, jetzt halten. Zieh. Warten. 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 So, jetzt nachlaufen. Ja, da kommt schon der Nächste. Kannst auch schonmal... Kannst ja alle auf die Warten drücken. Ja. Oder gehst halt nur ein Stück näher hin. Die brauchen ja ewig, bis die kommen. Haben wir überhaupt noch soviel Schuss für die? Weißt du? Ich mach's spannend. Achso. Kannst ja auch näher wandeln schon. Niemands! Was hier? Easy. Na gut, ich war das mal. Ich hab's auch im Laufen machen. Schön. Kannst du jetzt looten? Geil! Ich glaub ich hab die noch nie gelootet. Ich glaub du kriegst dir auch die Munition wieder für die Bolzenschieße. Das wär ja GG. Okay, dann nicht. Okay. Danke, dass du mir irgendwie erklärt hast, wie man Shooter spielt. Ja klar. Ich geh erstmal speichern, oder? Wird mal noch einer. Zum Blut. Bist du noch nicht genug? Nein. Okay. Speicher. Boah, ich geh mal speichern. Ne, das ist kein Speicher. Okay, dann... Wahrscheinlich der Dings auf dem... Ja, ne? Okay, hier können wir nicht lang. Alles klar? Ja. Ja, das sieht schon so aus. Jetzt müsst ihr... Die dort lag Munition. Ich versehe das immer gekonnt, ne? Okay, der ist nachgeladen. Lass mich raten. Wir müssen wieder irgendwas aktivieren, damit wir da drauf zugreifen können. Glaub nicht. Dito. Links. Erstmal. Oder rechts, Victor. Alter. Ich glaub wir müssen zuerst mal hin, ne? Weiß ich nicht. Naja. Ja. Habe ich mich erschrocken. Kannst ja nochmal rechts hochlaufen. Ja. Weg an Loot. Vielleicht ist es eine Speicherstation. Ne, da ist keine. Hier oben ist keine. Ne, ne, ich mein dort hinten. Achso, ja. Ich hab's übersehen, ey. Okay. Ja, was. Ne, da liegt auch nichts mehr. Okay. Okay, abwart. Alter. Sieben, du hast das die Star Wars Filme gesehen, oder? Da sieht auch aus, wie hier dort wohl die Klone erschaffen wurden, in dieser, in dieser Wasser, wo so übelst geströmt hat. Ja, hier ist es ja feucht irgendwie. Ja. Sieht es auch dort aus. Wo Obi-Wan Kenobi dort auch das erste Mal auf den Kopfgeldjäger gestoßen ist. Oh Gott, das ist schon eine Weile, ja. So sieht es aus. Ähm. Okay. Okay. So hab ich jetzt wenigstens kein Medipack verbraucht, ähm. Ja. Das Richten der Waffenperson gilt als aggressiver Akt. Merk dir das, Klaus? Mhm. Nadebildschirm. Oh, das sieht. Guck mal, was es hier wieder gibt. Bitte nicht. What the fuck? Okay. Wie bitte nicht? Guck mal, was es hier gibt. Das sind die Eier von dem... Ricardo, sie sind alle hier. Wer? Alle, die verschwunden sind. Alle. Die sind alle in einer Art Nest gefangen. Das sind Eier. Das ist deine Farben. Shit. Sie müssen verschwinden. Sofort. Ha. Lol. Nope. Vernichten sie das jetzt. Warum versteckst du dich denn da jetzt? Oh, die Folge ist. Nein, Spaß. Ich dachte, hier kann man was looten. Ich hab das nicht gesehen, dass ich mich verstecken kann. 500 von 5. Äh, meinen die jetzt... Überladen sie den Alpha-Kern. Ich glaub das große Finale... Yay, toll. Das dachte ich. Okay. Gerne. Ich glaube, wir schaffen das in dieser Session. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Schatz mal, wir müssen noch das Nest vernichten und dann geht's bald los. Add Boss. Okay, dann kannst du jetzt, ja... Ne, ich guck mich noch ein bisschen um. Also hier können wir schon mal nicht lang Strom wieder herstellen. Kannst du rechts das nochmal aufsammeln? Oh, okay. Schön. Schöne Wand. Schöne Wanddeko. Ist halt eine Frage, ob wir auch eine Begrenzung haben von den Flammen. Warte mal, hatten die Typen da vorne auch was? Mal gucken. Natürlich die nicht. Auch noch nicht. Nein. Eingebildete Fatsken, ey. Hier geht's nicht hoch. Ja, hier unten. Kannst du ja erstmal... Der links hat vielleicht noch was. Nein, nein. Ein Stück rechts. Ich seh hier niemanden. Ach da. Du meinst die Wanddeko. Schön, Inventar ist voll. Ja, lieber Klaus. Ihr hättet denken... Die zwei Minuten... Mit der Steuerung wird's bei dir nicht... Ne, mit der Steuerung wird's nicht mehr klappen. Ja, ähm... Ja. Ich wünsch dir schon mal viel Spaß für die nächste Folge. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich weiß es nicht. Ich werde es verstärken. Nein, keine Ahnung. Ähm... Ja, liebe Leute, das war eine weitere Folge Alien Isolation. In der nächsten Folge... Ist es vielleicht schon die vorletzte, wenn nicht sogar die letzte Folge? Nee, noch nicht. Drei ist es bestimmt. Nee? Gut. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Ciao.